Zu klicken, weil ich nochmal rausgeklickt hatte, weil ich umgeladen habe. Nur für euch. Ich habe fünfmal Gold eingelassen. Leute, das nehmen wir ja positiv in der Wertung. Das wirst du vielleicht machen. Äh, wir sind ja auf Weltkarte mitgefahren. Das war ja 8er, scheiße. Halt die nach unten zu ziehen. Jetzt instant gegen Fame gerankt. Error. Oder Akku. Mach keinen Scheiß. Grüße gehen raus an wen? An Akku oder was? Grüße gehen immer raus an Akku. Ja, an meine alten Bros. Mausakrobate, Mailand. Pass auf deinem Blutdruck auf. Like das Video. Ach, na. Oh, das klären wir noch. Was schaust denn du da an? Ja. Ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast, aber Aaron hat auch noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für dich. Ach, ja. Na ja, okay, ich guck nachher mal. Ey, er hat mir vorhin gesagt, er... Wer macht die Ansage? Autsch. Ich bin grad frisch dazugekommen, ich bin auch nicht in den Game. Und schon geht's hier los. Herrlich. Rieke, du weißt schon wohin, oder? Ja. Fahr an die Front. Ich geh in die Front, genau. Habe ich aber schon mit der Neuner gemacht. Dann fahren wir den Heavys hierher, bitte. Der Leitende, der Leitende, der Leitende, haben freie Hand, die Arti holzt bei der Heavys mit rein. Der TD, oh, der TD fährt weiter mit uns. Ohne, ist was auf deinem Panzer gefallen? Bitte was? Auf was auf deinem Panzer gefallen ist. Nein. Ist er so flach? Ja, na klar. Grut, wir fahren bis zum mittleren Ding. Da geht gar nichts auf. Boah, da. Auf'n. Gucken wir mal durch, oder was? Schauen wir mal. Da kommen sie. Ja, Arti, kann die mit reinhalten? Ich bin am 1.1 Sekunden. Genau, wir haben eine Arti dabei, nutzt sie. Oh, man, wir müssen da hinter mir. Entschuldige, Tom. Danke. Oh, haben sie doch nicht geschlagen. Aua. Leute, das ist unfair. Weg nach Arti schlag. Ja, was ist das denn jetzt hier alles? Oh, Arti schlag. Tom hat dein Kopf verloren. Nein. Wollt. Haben wir hier auch noch ein Arti-Stack-Kohol-Den, die da reinsetzen können? Oh, ich habe es schon angesetzt. 277 auf Kette. Achtung, Martin, rechts. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Langsam mal. Wer guckt denn hier nach der IS-7 links? Keine alte Sauber, ich hier gerade selber beschäftigt bin. Ich bin schon tot. Bin tot. Ich ruch. Batchel, was machst du da? Warum fährst du zurück? Junge, weil ich abgefrühstet werden werde. Ach, kacke. Schatz, hier vorfährst und dann Side-Shots bringst. Ja, Junge, weil ich jetzt von hier wehre. Martin oder Kjell, kann einer von euch mit wieder hier oben herkommen? Ja, ich versuch's. Sonst drücken die Michi gleich raus. Oh, ja genau. Na, 4-3-2-3-2. Bin da. Oh, der TVP von unten. Ja, ich weiß. Ich hab schon gemerkt. Wo ist unser Arti-Schlag? Ist er schon draußen? Ja, ja, der ging so raus. Ah, jetzt kommt die Super-Konk von hinten. Ich hab' mir gesagt. Ich hab' mir gesagt. Ach, ja genau. Der Ophate kam's drauf. aber ist nicht mehr ganz so viel übrig von mir ja ricky wir zählen auf dich schon klar wie viel damage hast du auf der uhr? nicht gut einer ist in den berg reingegangen ja sie ist so, was machen sie mit dir ach mach ich mal wenigstens noch den anstandsschuss musste ich rausdrehen ja dann greift zurück an ach schon ja, einen schuss kann ich, ich habe leider 40 sekunden reload auf dem ding beim schaden gemacht platz 2 nein, so ah ja, mal 430 U nehmen wollen wir Reserven anmachen? Planreserven? ich will den ok hallo? manchmal ja, mach noch was bringen tut ja gut, damit es nicht ganz so hart Minus macht ja 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 Martin aus Willst du nochmal versuchen? Ich bin noch nicht drin Aber jetzt Die schlechte Seite auf Live Oaks Heavy in die Stadt, der TD hier unten hin Hier hin Light und Mät machen Entschuldige, bitte, dass keiner die Ansage macht Dann machst du es zunächst mal, Sabine Mät fahren hier hin, oder? Nein Also, ja Was jetzt? Wir sind ja nur drei Heavis Zerkliftet RTD, bitte, mich hier mit hinziehen In die Häuser rein Der Leo, was hier ist, der kann mit runterfahren Bin offen Alles klar, so weit Kommt hoch, 430 Lass den kommen, lass den kommen Kassiert, steht Aus Lass ihn rüberdrücken, wenn sie unbedingt zu aggressiv sein müssen, kriegen sie ihn in die Fresse Versuch ihn zu tracken Offen Der 110er hier hinten, der kann man bitte hier rüberfahren Die Kreuzfeuer aufbauen Das möchte ich direkt Was kommt Der 110er versucht sich zu flankieren, warte mal, wir geben mal ein bisschen Druck oben Badgett, bist du voll? Äh, ich kriege Besuch Der 110er, hey Leute, stoppt nicht weiterfahren Der 110er sollte eigentlich in die Rübe fahren Der 110er sollte eigentlich in die Rübe fahren Das man hier quer rüberschießen könnte Na komm Warum ist der 110er noch da? Steht Dennis Ich hab's falsch verstanden Setz ihn auf Track Shit Ich rommel ihn Ja, Kiel, es wäre besser, wenn du um die Füße tankst Ja, ich rommel ihn Ich bin One-Shot, Jungs Ich bin One-Shot Ihr könnt's vergessen, ich bin One-Shot Kann ich mehr, ich double hab verschossen Fick die Henne Oh, den müssen wir sterben lassen und dann rüber Ich hab noch zwei Schuss Ich hab einen Ach ja, genau, ich komm wieder nicht durch Was machen wir jetzt? Überlegt schon mal weiter Den AMX hier Henrik, das war grad Ja, ich weiß Ja, natürlich Und auch auf dem Team Ja, das war's Irgendwo um gleich zu prüfen Bist du einigermaßen safe, Martin? Nein Nein Ja, genau Ich warte auf den Spot, aber... Von wem? Ja, genau Ja, das sein können, dass der vorfährt, dass er aufploppt, aber... Ja, aber wer soll den aufklären? Die kommen hier jetzt die Straße aber runter, die Fahrmächtig Autosblatt Die werden wahrscheinlich auf der A-Linie hinter der Straße entlang fahren, oder? Ja, ich bin offen Ich bin offen Ich habe zehn auf Kette Ich habe zehn auf Kette Ja, f**k Ich habe zehn auf strach Hier, du bist unser Schwerstgepanzerster, ne? Ja, irgendwo weiß ich nicht. Eigentlich hättest du da hinten stehen müssen, wo ich war. Lauf mal E5. Ja. Wir haben sie. Der ging nicht durch. Ich glaube, wir verschößen uns ein bisschen. Aufhören. Ja, gescheit springen kann man es ja noch. Ja, das schon. Aber im Endeffekt... Nur das Gefecht noch unzählig länger. Ramin! Wo ist der Jagd, eh? Der Jagd, eh? Keine Ahnung. Der ist drin. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja. Soll man Fahrrad... Man Fahrrad... Der ging voll durch ihre Panzerung. Sie haben uns... raus. Einen konnte ich ihm noch haben. um... ... ... ... oh ich guck da fick nein 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 waa der jagd gebräuchten kreis mehr ja ich nehme an post schon wollt ihr sonst roger von wappen für mich mit von der hat den anderen zehner wie ich wenn er will wenn du magst und wenn er mag warum das prinzip ist aber trotzdem noch das gleiche so ist nicht ja aber trotzdem wenn du dir anschaust allein ist roger weg roger ist definitiv nicht mehr online wo war der ist dann schon weg da war der roger bei mir wird er schon angezeigt also im klaren schritt ist er nicht drin genau da ist er mich nicht drin ich guck gerade ich müsste ihn ja mal stimmt in meiner freunde ist er drin ist ja lustig ich sehe dich auch schon in der freiwilligen liste wie gesagt sonst er hat eine änderung geschickt wiesel user was moved out of your channel und hier auch klar um oh da bin ich was wollte er dann haben was schweres aber schweres haben sie gehofft ach komm für unsere verhältnisse ist doch gar nicht so schlecht es ist eh nicht schlecht wir waren die tausender über uns glaube ich oder mindestens 500 wo ich ja eh einen scheiß auf Wertung gebe wenn die nächsten bei nicht nicht gut laufen können wir wieder auf achter wechseln oder so erzählen das schon schwer aber mein gott so ist das leben ich bin noch krank heute oh was hast du roger krank von gestern ach so ist er auf krank selber schuld ich war da nur er war ziemlich frustriert gerade ich habe ihn ja schon gefragt könnten wir trotzdem noch wenigstens ein heavy rein schmeißen dafür weichen lassen ja jetzt sind wir auch wieder nur drei heavies der t100 und der leopard vielleicht einer jetzt sind wir vier jetzt jetzt sind wir einer mehr als vorher das passt der autoloader medium war jetzt nur kampfwiesel sonst kein anderer hatte ich habe auch noch die budget 25 tonnen aber ich finde die im bolgark sowieso nicht so stark der ja gut er wohl lämpchen der ist bestimmt Polan, wollen wir wetten? der weiß, ist vielleicht zwischendurch noch abgerutscht und reingefallen die Sau sieht possible und grün gemacht hat dann gerade was anderes guten appetit ach so er hat sich was zu essen geholt ja Dominosteine du hast noch welche jetzt bin ich ganz deprimiert bring mir welche rüber das sind sowas die Warte wo waren sie wo hast du jetzt bitteschön noch Dominosteine gefunden? oder hattest du die noch? hatten wir von letztem Jahr noch ja das kann man heute auch schlechtes Gewissen sagen Dessert Dominosteine mit 25% das hat mit der Sprache hältgrill von oben Hendrik, hast du nen Plan? was? äh, nicht Hendrik ja du kannst von mir aus auch gerne, Christoph ich bin noch immer nicht drin, ich weiß nicht wie lange es wird hältgrill von oben lake will von oben, ok von oben von oben von oben ja trotz weiter ok die Arti stellt sich irgendwo hin wir werden das passe spielen ein Medium stellt sich hier hin die anderen beiden hier und die Heavis fahren ins Tag und die Arti stellt sich genau da hin und und Himmel, was ist denn das hier für ne Scheiße bis wohin sah ich vorfahren hier? auf deinen Panzer klag ich, ey ich hab geguckt ich hab einen Damage ich hab einen Damage auf den roten Punkt durchdrücken oder was? ja oder? ja 60pp drin um ein zwei Autoloader Mediums dem soll ich weit durchkommen ja alles gut ich gucke auch 410 Auge raus weiter drücken wir rüber ok kontakt links 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 hier kommen die schwuchteln ja prall ab genau gut wir kommen durch die Stadt ich wollte jetzt die Mets unterstützen nein du musst uns unterstützen dann schließt sie ja dann ja das ist ja gut du musst du was durchmachen ok keine Angst den hab ich entführt sind das nur die zwei oder was? ja ja dann hoch oder? äh objekts die beiden objekts nach rechts evp will mich vielleicht 277 oh kacke BZ ist auf Kette jetzt mal ein 60pp raus, oder? ja der ist so mach mal auf Kette preis auf die IS-7 komm 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 jo aaaaaaahhhhhh der scheiße Leid hat mich rausgekommen du musst mich fühlen du musst mich fühlen danke ja tsch Noth mach sie der ist schämt der ist so das ist denn nicht Wochenenden Jetzt nehm' ich dich raus Hast du denn noch, dass ich hier ziehe? Ich schieße Krill, Martin! So, ich bringe jetzt die NLT Äh, Dennis, du musst draufhauen auf die NLT Tschüss, du Wichser! Oh nein! 7-5-0-A, kannst du da wirken? Hutt! Bleib stehen, bleib stehen, bleib im Cap Roger, im Cap One-Shot, 430-U Ich bin auf 430-U in der Mitte Ah, ich bin tot, shit happens Ähm, One-Shot Der Light sollte vielleicht, der Light schaut, ob er das Objekt irgendwie tracken kann und abhalten kann vom Cap Das ist 7-5-0-5-A Ja, genau das Der hält mich grad im Visier Ja, das ist dumm, den AT-Schlag dahin zu setzen Warum? Weil der Fix nicht trifft, weil das Objekt viel zu langsam ist Fahr ein Stück vor, Martin Deine Arsch war draußen Ramin, 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 sehr schön Vor drinnen, vor drinnen, vor drinnen Vor drinnen Vor drinnen Gewonnen Oh, Schwerstarbeit Schön Ganz einfach Ruhig angehen Ich glaub, das sind die von Lambards Ich glaub, das sind die von Lambards Ich glaub, das sind die von Lambards Mit deinem Popo wurde penetriert, Martin Hast du's gemerkt? Ich merk eh nix mehr Ich glaub ich hatte 7376 Abfall auch zu hoch Hast'n Tick zu lang Jim? Ich glaub, das waren die Domino-Steine von Lambards Ich glaub das was? Von Lambards ob wir verwandt dominosteine die er dich hat was macht es gut aus wenn du schon dann muss bitte ja danke das kriegen wir alle hunger ich hatte spaß mit den dvps war das schön für mich ist das die letzte runde in dieser formation was soll das denn jetzt heißen die konzentration fehlt dafür wir haben 38 minuten klaren reserven müssen auch durchgefahren werden berleid martin immer bieten jetzt ja wir haben zwei sehr schwere kanonen dabei das stimmt und wieder so ein radpanzer das gleich ins wasser fahren oder später nein die heavies werden hierhin fahren ein medium wird sich auf die terrasse stellen und die anderen mediums wenn einer kann auch auf die terrasse fahren und einer könnte sich vielleicht hier so aufhalten und der leid der leid schaut mal wo sie lang fahren und dann stellt er sich auch nach hinten nach hinten stellt er dann wenn wir sehen also wenn sie hier jetzt mit aller macht drücken dann ist es auch gescheit wenn ihr euch wieder hierher zieht wir hatten auch wieder sie dort nicht tun kannst du von da wirken rieke kann geht oder ja warte sonst kannst du da mal schauen ich kann schon suchen ich musste nur reload abwarten entschuldigung ist alles gut ich komme zu euch rüber tim 140 drückt an der wasserseite durch ich komme rüber komm da raus wenn du noch kannst rolle rolle komm wir lassen sie kommen ich weiß nicht wo wirkt rieke hin die knöpfe rieke ich kann gleich rolle rat von hinten soll ich unten drücken besser nicht drücken an der wasserseite versucht zu sniper ach du scheiße was machen wir arm x ist one shot arm x weiß ich wie das ist das ist wir haben sie nicht mehr angekrezt rieke wenn du schnell genug bist werde ich mich mal da hinten diffizieren ja rieke ich habe mich vor oh ja gut ich muss gleich deutsch verpiss dich da ja das wird schon zu spät sein die ist langsam die kommt dauernd bei mir durch aber ich nicht mehr hier da kann ja wohl die wahr sein oder ach kacke ähm kjell stellst du dich dann hier vorne dran und ich unterstütze dich von hier aus ja ich bin pleiter ebr hat mich gefunden ich habe gleich den schlimmstmöglichen weg heraus kompettet zu erfahren dass man pleiter ist ebr 3 ist weg ok der ebr kommt gleich ja hier ist deutsch frei dich umsehen ja ich brauche Hilfe ach wie sie einfach so durchkommen ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht die fahren runter und ballern einfach und kommen durch penetrieren nicht mal irgendwas damals hast du dir noch die Zähne ausgebissen an der Kiste ich will nicht ich will nicht das war jetzt der 5 Schuss in Folge wo ich nur Ketten zerstörte aber wurde bemerkt ja irgendwas ist halt nicht wichtig ist es schwierig ja ich muss gleiten das habe ich dadurch gemerkt dass ich nun auch gold hatte und kein reparaturkitz mehr wir haben sich halt für die würden halt reagieren sollen wasserseite sind sie durch hätte hätte also ist denn Zeit um ein rauchen zu gehen ja war für mich jetzt auch die letzte Runde wegen du bist pleite weil ich pleite bin